Ich habe halt eben total Schiss vor mir. Ja, das kannst du. Wow, das war nicht so unverfällig. Da steht fucking Heidi Klum vor, die versucht dich da mal zu konzentrieren, Alter. Weißt du, was ich meine? Eine neue Folge Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Donnerstag, 20.15 Uhr. ProSieben.